Hey, yo Leute, Samix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Waterland und natürlich ist heute auch Mitte bei FIFA Walker und wir haben hier gerade eben eine Mine gefunden, weil wir eigentlich nur ein paar Rohstoffe suchen wollten das ist jetzt natürlich richtig nice, da haben wir uns gedacht, dann fange ich einfach mal eine Folge an weil das ja schon ziemlich cool ist und wir gehen zuerst in die andere Richtung, gell? Also da vorne ist 100 Rund Spinnensbauern, aber wie man das hier hört Ich hab meinen Zaun aus, ich war nichts Da oben ist auf jeden Fall noch eine Höhle, sehe ich Naja, da können wir gleich noch reingehen Wir haben hier was mit der Sachen holen wir können Ich bin nicht so Geht sie mal rüber, oder wollen wir da hoch? Ich weiß nicht, es gibt gerade so viele Wege Lass mal hier erstmal reingehen, ja Okay, Skelett Wo? Hinter dem Zaun, Alter, da vorne geht die Mine noch weiter, okay Ich seh's nicht Ja, das Skelett können wir da lassen Siehst du, ist nicht hinter dem Zaun dort Das wird mich eh nicht treffen Hast du da? Ja, das können wir gerade üben Ja, du gehst so ein paar Pfeile Ja, dann lass mal hier Ähm Lass hier unten Langsam Ja, hier ist nur noch Kohle, hier ist nix Hier muss ich aufpassen wegen Creeper und so Oh Ähm Samix Ja? Guck mal hier durch gerade Ja, toll Ja Okay Ja, ich seh's Okay Hier sind's vorne Hier sind's vorne, pass auf Ja, ja Absichern Oh, sorry Ach, absichern Ja, lass mal spinnen hier links Ich tu die spinnen Ich tu mal kurz die spinnenletze abbauen in der Zeit Bring du dich spinnen um Oh, da kommt noch einer Scheiße Höhlenspinnen Fuck Jetzt sind wir richtig gefickt Die ficken uns richtig Ich verpiss mich mal Ich verpiss mich lieber Ich verpiss mich lieber Ja, ich bring sie um, keine Sorgen Pass auf, bleib zurück Okay Oh, Junge Auch so alt wie immer mit diesem Spawner davon abbauen Keine Ahnung, wir machen uns immer so um eins vorarbeiten Hä, mach doch deinen X2 Farm Ja, komm du mal her, Junge Mit Höhlenspinnen, alles klar Fuck, warte mal Hm, dem die Fackel zerstört Ja, lass mal fuck off Schaffst du, oder? Ja Oh, mit dem Schwert kann man die richtig schnell abbauen Oh, die hängen da hinten fest Oh, da ist noch ein Creeper drin Fuck Fuck Oh, okay Oh, gerade getötet Ich muss erst mal kurz regnen Ich hab, ich hab nur noch ein Schweinestück Aber ich hab noch was zum Braten Ja, wo ständig irgendwas geampft, wie super Ja Hier war noch was zum Braten dabei, also Ja Sollen wir jetzt hier weitermachen, oder? Ja, Che, ich will kurz ein bisschen regenerieren Jetzt kann ich weitermachen Können die kleinen Und nein, mein Hardcore-Schwert ist am Arsch Ja, ganz gut Jetzt sehe ich das normale Schwert nehmen Wer trot sich rein zu gehen? Ja, die hängen da hinten dran fest Also ich glaub, du ziehst du da durch weg Das ist gut so Ich geh mal rein Ich schlag dir aber so hier Ach, okay, die sind alle auf dich fixet Ich brauchst Hilfe Achtung Nee Die wollen hier durch, aber die könnten aber nicht hier durch Okay, ich baue jetzt ab Geh drauf Geh drauf Oh nein, jetzt geht's die Krebs nicht an Fuck Die hat zwei Herzen Eineinhalb Eins Halbes Oh mein Gott, halbes Herz Du stirbst nicht Bau dich ein Ich hab voll Ach, ich warte jetzt hier außen, bis ich direkt hab Oh ja, ich bin so dumm Ich schlag dich, ich bin nur Goldapfel Oh mein Gott, ich bin vergiftet Durch Diesen Herzen hast du? Ja, ich hab jetzt noch zwei abgezogen, aber es bin schon wieder nicht vergiftet Halt dich auf jeden Fall noch hoffenweise Eisen Okay Naja, dann wär eigentlich alles gleich loben Ich mach hier mal eins ab Noch eins Mach die doch immer ne neue Oh Ach, okay, wenn ich soweit oben bin, kommt die Spinne gar nicht zu mir hin Dann muss ich noch eins weiter Ach, du hast schon abgebaut? Nee Doch Oh, sie hat mich vergiftet Können wir hier durch? Boah, Alter, die bockt sich hier fast durch die Wand durch So aggressive ist die schon Hier oben gehts noch weiter sogar Hast du sie gekillt? Hier hinter dem? Ja, komm durch Okay Und wir haben richtig viele Strings jetzt Hier oben sind noch richtig viele Gänge Vor allem da rechts weg Boah, hier auch nochmal Hier sind noch einer Ich glaub ich geh mal eben hier rechts Hier kann man auf jeden Fall noch runter, seh ich Das Eisen nehmen wir natürlich mit Schau mal kurz was hier noch so ist Gucken wir mal auch nochmal wie lange du aufnimmst Ja Oh, Gold jetzt Ja, ist ja nicht, ist ja nicht schlimm wenns länger als 15 geht Weil dann weiß ich, der ist ja noch dann Okay, kannst du das Gold jetzt hier abbauen? Ich hab keine Eisenschwitzhacke Also ich komm, ich bau grad bisschen Kohle ab, damit wir gleich nochmal ein bisschen hier Action nachkommen Okay, geh jetzt nochmal weiter Guck mal was, was ich jetzt grad noch so überbrauche Oder schöne Kiste Hey, ohne Witz Hier geht's ja noch so viel weiter, hier sind ja noch so viele Gänge Ja Ja, das ist richtig viel Gold Diese einen Blöcke breite Gänge, die machen mir richtig Angst Da sind nämlich öfter so Creeper hinten dran Ja auch Da um die Ecke, da könnte immer ne Spinne Ich hab einmal so, äh, Spinnenspawn an die Ecke gehabt Das war doch sicher Oder so ein Creeper, okay, hier ist nix mehr an dem Gang Okay, hier ist ein Höhleneingang hinter der Wand Ah ne, das war glaub ich Ja, hier geht die Biene noch weiter Oh, hier ist ne Lohre mit ner Truhe Na shit, hier ist nur ein Gold, hier ist nur ein Goldbarren drin, um der Rest ist scheiße Ich steck den hier mal mit Ich steck den hier mal mit Hier unten Hier Junge, die unregelmäßig tust du Fackeln setzen Sorry Warum sind hier eigentlich so ein Fackeln? Zum Teil Warum sind hier schon zum Teil Du warst da gerade eben, was machst du hier? Läuft bei dem rückwärts Läuft bei dem rückwärts Wenn die die jetzt überhaupt auch, ähm, sind die aus momentan Hm, hier Hier ist noch ein Sattel und ein Brot Das Brot ist ganz gut, ein Sattel los Jetzt mach ich hab ich schon genügend Ich hab sie ja Achtung Samuel Hm? Ich würd sagen, wir gehen gleich mal zurück, weil ich hab 19 Level und die will ich echt nicht verlieren Echt 19? Ja Alter Ja, wenn die jetzt hier eh nochmal alles durchsuchen, können wir schon gehen Hier ging's doch ein lang, oder? Na, einmal einfach den Fackeln Das ist nicht Ja Und dann hier Ja, die jetzt haben wir jetzt keine gefunden, oder? Naja, nur das Marockte Hier ist noch ein bisschen Gold, sehe ich grad Hier brennt einfach alles Achso, hier ist Lava Und hier ist ganz viel Eisen noch Ich schau grad hier Hier ist noch eine richtig große Höhle Hier ist Gold noch Viel Relativ viel Okay, ne, hier ist nix mehr Da geh ich mal Ich bin die Lava gefallen Ach, nein Lava nicht Ach Ich fress den Goldapfel Ich fress den Goldapfel Ich hab ein Wasser euch machen, aber jetzt nicht Oh, okay Als ob du jetzt tot bist Ja, ich hab Oh nein, nein, ich hab äh Nimmst du das Gold ja noch mit, oder lasst du das? Ja, nimm das mit ruhig Ja, nimm das mit ruhig Ja, ne, ich hab hier kein Eisenschlitzer, hab hier gesagt Achso, warte mal Ich würde dann jetzt Ich würde dann jetzt Ich würde dann jetzt So, dann lass, hoch gehen wir, oder? Ja Ja Ging's hier lang Hier, glaub ich Hier? Hier? Nee, hier ging's nicht her Warte hier wieder von hier Hier, wir kamen von hier sogar Wir kamen von hier sogar Wir kamen von Hier 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 war's doch, hier waren wir um die Ecke hier stehen Ja, genau Hier steht die Wordbench Ich mach' noch mal kurz, ich mach' noch mal kurz ein bisschen Ja, okay, ne, dann gehen wir halt Wollte noch ein bisschen Fleisch machen, ich kann gerne wieder aufstellen nochmal Ich wollte noch mal kurz ein bisschen Fleisch reinmachen Und wo kam' wir von da oder von hier? Ich glaub' von Ich glaub' von Ja, von da kamen wir nicht Hier unten sind auch Fackeln, keine Ahnung Nee, warte nur, ich glaub' wir kamen von hier Ohhhh Okay, jetzt bin ich da drin Ich glaub' von hier Ich glaub' von hier Na Gott, nein Und da kamen wir doch grad eben Wir kamen noch von Hier doch, oder? Ja Ah ne, hier kam Hier runter Nee Auch nicht Hier ist Ende Mach' einfach mal hochgraben, Alter Nee, warte mal Gibt ja keine viele Möglichkeiten mehr Ja, eigentlich müssen wir ja nicht von hier gekommen sein Ja Ja Von hier Hier ist eine Schackel Aber wo seid ihr denn die anderen? Ja, hier ist der Monster Spawn, okay Ja Ja Also hier ist hier und lange Sankt, aber nicht die Dias weggefahren Oh, Creeper, Achtung, pass auf Okay, das zerstört, egal Wir gehen hier hoch In Monster Spawner Äh, in Monster Spawner Ich hab' ich hier vergiebeln Creeper Spawner Da wär' direkt die der Droh am Arsch Nee, ich meine, ähm Die heißt's Villagerdorf Hm, geht's bestimmt, normalerweise ist das nämlich aktiviert Ja, ja, aber wenn wir jetzt anziehen würden, das wäre lustig Ach so, ja Auf diesen kleinen Inseln, naja Ausregnen Hm, schade Oh, davon ist richtig fett, das Oh mein Gott, ich will die Tiere Ich nehme jetzt noch mal kurz mit Ja, nimm mir mit, da kommen wir irgendwas zu mir wissen Aber hier, mein Eisenschleiter, mein Erster Aber auch diese ganzen Tiere sind sowieso so viele Tiere Ich hab' keine Lust mehr mit Pilze, um mich zu ernähren Aber ich hab' echt nix mehr gescheitest zum Essen Kannst du grad zwei Boote craften? Ey, Mika, was warst du in meiner, in meiner Höhle? Okay, nicht in meiner, aber Die Höhle, die ich grad erfahren Ja, okay, ich hab' acht Slimeballs Lass die Kühe alle türen suchen Naja, mach' ich grad Die bringen echt richtig viel Hallo, guck mal hier Ich hab' gesneept Die Dias, alter Ich hab' das nie Lol, ich feier den Typ Ich hab' vielleicht keine schlechte Idee wäre Ein paar Seerosen mitzunehmen Ich hab' 21 Kuhfleisch Ich hab' neun Ähm, hast du noch geniegende Holzverbote? Ich hab' ein Brot noch übrig sogar Ah, okay Ich hab' nicht mehr normal, wie viele Größe gibt Ich hab' ein Brot noch übrig sogar Ich mach' ne Werkbank in der Zeit Ich mach' ne Aufnahmen machen Ich weiß nicht, wird sie wahrscheinlich Ich denk' sie wird schon über 50 Minuten gehen Ja, wie er, äh, wie meinst du? Wie machst du das mit deinem? Ja, ne, jetzt ja schon 15 Minuten rum, aber man kann ja auch halbe Stunde machen Achso Hat der den Youtube-Kanal schon bestätigt? Ja Mhm Shit, mir fehlt ein Holz Ah doch, da ist noch eins Ich könnte ein Bitcraft, ne? Äh, brauchst du? Auch Holz? Ähm, ne Machst du dein eigenes Brot? Weil ich kann mir nur eins leisten Ich hab's ja Ja, okay, ich mach mal eins Okay, ja dann Lass, lass mal gehen dann Wie viele hast du Gott? Ja, 20 Ich hab' noch ne Karte, also weiß nicht in welche Richtung wir zäger gehen müssen Jo, wer misst halb neun So, wir befinden uns gerade Ich hab' die Dias zu klauen Ja, also wir uns grad ganz unten links befinden Und dadurch Äh, dadurch kann ich gar nicht sehen, wo wir grad sind Weil da meine Hand drüber ist von dem Tippen Hast du noch ne Orientierung? Vielleicht noch meine Dias Ich glaub' in diese Richtung Ja, da sind die in die Lava gefallen Du bist gemütet Oh, die Dias in die Lava gefallen, dass wir schlafen Sind die in die Dias ge... Ja, ich hab' fünf Ich hatte eigentlich mehr, aber mehr, besser als nix Du hast da noch ein bisschen Eigenwissung, oder? Hast du dir auch da reingefallen? Und falls die Zuschauer sich jetzt wundern, mit wem wir hier reden Das sind auch noch welche, die grad mit erzogen sind Jo Und die irgendwelche Dias fahren und nach sterben Hast du noch ein paar Blöcke? Hä? Ein Jetpack hinter dir sieht aus irgendwie wie so'n Motor am Boot, ey Hey, zum Hohne-Witz, also ich hab' voll kein... Ich hab' voll kein Plan, wo wir hinfahren müssten, da ich uns gar nicht selber auf der Map sehe Könnt ihr mal kurz... Ey, könnt ihr uns mal kurz eure Koordinaten sagen? Ey, hat keiner von euch ne Karte Ey, hat keiner von euch ne Karte Ey, was kann ich dabei bei uns? Ihr seid drogant Ne, ich hab doch keine alten Spitze, oder? ich habe voll keinen plan also wo wir gerade hinfahren das problem ist ich kann mich selber gar nicht auf der karte sehen ich sehe mich einfach nicht ich weiß nicht wo ich bin ich weiß glaube ich wo wir hin müssen wo ich beide sehe ich aber mich und Philipp sehe ich nicht direkt hier hier direkt hier guck mal hier dreht dich um und bist du blind ich würde mal sagen wir sind gerade voll in die falsche Richtung gefahren kann ich mir auch vorstellen du musst mal bedenken ein Kind der dem Tummelbiom war stimmt er worden ist dieser große Berg was ist die Seerose pass auf die Seerosen auf auch die kann man kaputt fahren ok ja siehst du noch längst dass er noch hier in die Spalte hier und die riesige Spalte 20 Level 20 über 10 damit durch mit ihr spürt ja wobei ich mir kacadier schuld machen das wird jemanden Verschwendung wie können sie uns eigentlich leisten auch wenn es eigentlich schwer ist immer mal bootig und her zu fahren das ist eigentlich das hat einfach kaputt gegangen meint auch ich glaube ja schilderndet haben wir kein Untergrund was noch kurz die Bogen kurz den Boden damit mir noch mal ich habe eine Seerose auch Fock ich habe nicht mehr genügend Holz wenn er wird weg lang hast du hast du genügend Geld aber ich habe hier ich habe hier ich habe hier ich bin so blöd ich hab sogar noch zwei ach so dann hast du nicht noch ein für mich also doch kommen ich habe keine Ahnung aber die Weltrand kann hier aber auch nicht sein weil wir mitten an Inseln dran sind ich habe jetzt noch zwei Boote oder ist hier der Weltrand könnte sogar sein ja ist er hier ist Weltrand ja hier dann lass probieren innen zu fahren ja ja muss aufpassen dass er nicht wieder gegen die Wand fährst ähm ja ich komm grad ja ja da fahren wir grad sogar hin immer schön nah dran nicht dass du wieder gegen die Wand fährst oder hier auch was ist Optifine was ist Optifine nein mein Boot ist kaputt gegangen schon wieder aber er läuft was kannst du denn machen das geht das geht du musst Home Button und 4 gleichzeitig drücken ja ähm aber noch ein bisschen langsamer ok doch das müsste gehen Home Button und 4 gleichzeitig äh Samuel wo bist du achso ich bin schon zu weit wo bist du ich fahr mal wieder zurück ich bin ja einfach äh da da bist du ja und jetzt wieder so links schräg glaub ich ja halt immer Richtung Mond das ist die Spinne schau mal auf die Karte ich seh uns auf die Karte immer noch nicht hm ok da vorne ist das große Dschungelbium wo wir am Anfang waren glaub ich schräg links oder schräg rechts ja da müssen wir glaub ich mehr nach links rechts ist ja nämlich schon das Weltende dann wieder ich hab 24 Eisen gelassen du und 8 Gold ich hab 17 ich hab 39 äh äh wer heißt Fäden was 39 hier 26 ja dann können sie richtig erst mal stärke 2 oder 3 naja das wäre auch bisschen unnötig ich hab wir schaffen es noch auf die Insel in der Folge wenn nicht dann müsst ihr euch zurecht geben ohne eine Verabschiedung ja wo bist du denn du schon wieder ja wo bist du Philipp ja was ich war grad weg wo bist du ich bin einfach gerade ausgefahren weiter ok dann weiß ich grad nicht oh ich seh mich wieder auf der Welt Map aber die seh ich immer noch nicht wo bist du bist du schräg rechts gefahren schräg links am Dschungel links vorbei von dort wo wir kamen ja ich müsste gleich so weit sein ach ja jetzt seh ich dich auch auf der Map links rechts einfach links im Dschungel vorbei ja aber ne ich mein jetzt zu dir wo ich muss sich herfangen links rechts ähm keine Ahnung ich seh ich grad gar nicht ich seh ich nicht auf der Karte ja deswegen mein ich ja wo guck ich dir mit bei der halt ja das Problem ist du bist auf der Rand am Rand von der Karte da kann ich nicht sehen in welche Richtung du schoßt du musst nach rechts oder nach links fahren ach ok jetzt wirst du glaube ich schon weiter als ich ähm fahr mal ein bisschen weiter nach ähm nach links eh wie im Götz wir haben wir das Boot hier ach so hier stehen zwei Boote lol bei mir liegt die Welt grad nicht ich hab grad mal alles wieder blau komisch gesehen bei mir fahr ich schon wieder grad durchs ewige Nichts mhm mhm nein bleib bei der Insel sonst wissen wir gar nicht mehr wo wir hin müssen hey geh jetzt musst du aber wirklich langsam mal links Philipp links siehst du mich jetzt ähm bisschen mehr nach rechts noch so 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 jetzt ist gut ja ich sehe da unten überall Lava mir lädt das Meer einfach nicht ich sehe da unten wow plötzlich bist du bei mir erstmal so richtig viel weiter weg und jetzt musst du weiter links mein Boot ist kaputt gegangen ich sehe gar nichts oh shit ich sehe da unten auch grad klar ich hab da grad eben die Unterwasserschlucht gesehen ich sehe grad da eine Pilzinsel da muss ich grad mal hin schwimmen und mich retten und mir eine Workbench machen neue oh fuck ich hab nur noch ein Boot jetzt irgendwie dürfte zu Gott gar nicht so weit weg sein von mir ich müsste dich eigentlich gleich sehen können ich muss irgendwo hier grad auf der gleichen Höhe wie ich sein was hast du denn gemacht schon wieder da hinten ne bist du grad in der Nähe vom Dschungel ne ich bin grad auf so einer kleinen Pinselinsel also ich bin jetzt hier vorne beim Winterb... Winterbio kannst du mich grad... kannst du mich grad... kannst du mich mal irgendwie lotsen grad nochmal? ja das halt ein bisschen schwierig aber... ähm... ja jetzt wärst du eigentlich grad ganz gut jetzt war ich aber irgendwie schon bisschen anders als Leben oder... jetzt war ich aber irgendwie schon bisschen anders als Leben oder... also du geh... ich muss nur Richtung Mond fahren oder? Richtung Mond? Ich sehe auch keinen Mond oder irgendwie ja doch nicht ne du musst vom Mond weg fahren der Mond müsste hinter dir sein wenn du grad in die gleiche Richtung wie ich fährst also dann muss ich ja da rüber... ein bisschen so und dann musst du noch ein bisschen weiter links links jetzt jetzt fahr ich ja alles zurück halt, da bin ich grad alles richtig Ah ok In Richtung Sonnen ach, ich check grad gar nix ja Richtung Sonnenaufgang ich check grad auch gar nix weil wenn ich auf meine Karte schau, dann wird grad richtig komisch ich war auch gerade richtig was auch vor mir ich war auch gerade richtig krass richtung sonne ich sehe die sonne noch gar nicht man sieht ja nur ein bisschen gelb an mir mein boot ist am arsch weil ich schon zu weit gefahren bin jetzt sehe ich hier jetzt sehe ich sie bisschen aufgehen ich würde sagen ich bin jetzt aber hier die episode weil sonst geht sie echt zu lange also das war's für diese episode wenn es euch gefallen hat könnt ihr ein like nach oben geben und da würde ich sagen dann sehen wir uns das nächste mal wieder tschüss